Na alle zusammen, ich hier ist wieder heute nach und schau ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal nicht um Party Sink oder Garnitionskisten, sondern mal wieder um die guten alten Paragon Kisten. Da kam jetzt von meiner Seite schon länger kein Video mehr. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich nicht mehr viel aus Paragon Kisten brauche, sondern eigentlich nur noch ein einziges Item. Und das ist einmal hier aus der wilden Jagdparagon Kiste eine Soul Shape Gestalt. Die will irgendwie einfach nicht droppen. Es wäre schön, wenn die jetzt vielleicht mal drin wäre. Und ja, da habe ich ein bisschen vorgefarmt. Ich habe ja sonst immer fünf Paragon Kisten aufgemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mit dem Char hier maximal drei haben kann, indem ich quasi einen im Inventar habe und dann zweimal den Ruf hier vollfarm für die zwei weiteren. Das heißt, wir werden jetzt nur drei Kisten aufmachen und ich hoffe, dass die Soul Shape Gestalt drin ist. Also ich habe eine Kiste hier schon mal und wir brauchen dann noch die Stachelschwein-Seele in Gestalt. Die machen wir jetzt mal auf, Kiste Nummer 1. Und natürlich kriegen wir diesen hungrigen Irgendwas-Krommling raus. Gut, der ist es schon mal für den Sack. Dann holen wir hier schon mal die zweite Kiste ab und laufen schon mal in die Richtung von der Berufungsquest, die ich gemacht habe da hinten, dass wir dann auch die dritte abholen können. Und ja, drückt mir die Daumen. Was haben wir da drin? Da ist einfach nochmal dieser scheiß Gormling drin. Ich hasse dieses Viech. Das ist einfach gar nichts wert. Das kannst du wegschmeißen, das Teil. Gut, soviel dazu. Also das ist jetzt hier die Berufungskiste. Da ist nichts Tolles drin. Und jetzt haben wir nochmal den Ruf, um eine dritte Kiste aufzumachen. Ich sag's euch. Wisst ihr, es dauert halt jetzt auch ewig, wenn man nur noch bei einer Ruffraktion den Ruf farmt. die Kisten zusammenzukriegen. Ich mach halt immer die Berufungsquests, alle hui, wenn die mal ab sind. Und ja, jetzt gucken wir mal, letzte Kiste. Bitte. Ich will jetzt nicht in Dragonflight. noch hier die wilde Jagd-Gedönse weiter farben. Also das hätte ich jetzt eher ungern. Sagen wir's mal so. Ich hasse dich, Blizzard. Dieses Kackvieh könnt ihr euch in den Hintern schieben. Echt. Warum krieg ich die ganze Zeit diesen blöden Grommling? Oder Gormlinge, wie das Ding heißt. Ja gut. Ja, das heißt für mich, ich darf weiter Berufungsdinger machen. Und da ich wahrscheinlich keine drei mehr bis zum Addon-Start zusammenkriege, kann ich das in Dragonflight auch noch machen. Ich freu mich. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie's bei euch aussieht. Und, ähm, habt ihr alle Soulshapes zusammen? Oder seid ihr auch noch an dem ein oder anderen Paragon-Dings dran? Lasst es mich wissen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.